So, wir sind jetzt hier auf dem letzten Abend auf Kost von der wunderschönen Inforeise Holiday Land Movie Stars 2010. Man sieht im Hintergrund wunderschön diese Poolanlagen, die im Licht glänzen in dem weiß wunderschönen Korallenlicht. Der letzte Abend findet statt. Das heißt, wir tanzen, wir trinken ein wenig Cola und Wasser und wir haben einfach nur Spaß zusammen. Es leuchtet gelb-grün, blau-rot und die Info war toll. Wir haben viele Sachen gesehen. Kost ist eine wunderschöne Insel, es ist gebirgig, es ist trotzdem aber auch Strand da. Es ist alles, was das Herz begehrt.